Hallihallo, in dieser Episode werden wir tatsächlich das Shader-Module jetzt erstellen und wie bereits versprochen werde ich das hier jetzt einfach mal ausschneiden und in eine Funktion legen. Dafür scrolle ich hier einfach mal ganz hoch und diese Funktion, die nenne ich zum Beispiel mal CreateShaderModule und da lege ich diesen Code rein und da fällt uns auch direkt natürlich das erste Problemchen auf. Wir brauchen hier natürlich den Shader-Code, den kriegen wir von außen am besten rein, das ist dann ein STD-Vektor von Char mit Code und dann können wir hier Code benutzen und hier Code benutzen. Hier können wir aber direkt wieder ein bisschen bessere Performance rausholen, denn hier würde das Ganze wirklich kopiert werden. Kopieren ist nicht so gut, denn wir wollen ja hier nicht damit irgendwie was machen oder so, also nicht das verändern, sondern wir wollen nur davon was lesen. Deswegen machen wir das Ganze besser noch Call by Reference und versichern an außen, dass wir das Ganze nicht verändern werden mit einem Const. So und als nächsten Parameter erwarten wir noch einen Pointer auf ein VK Shader-Module. Shader-Module und dieses Shader-Module werden wir jetzt eben hier erzeugen. Das geht dann ganz normal mit VK Create Shader-Module und das erwartet als erstes dann unser Device. Das Device ist ja hier Global, deswegen können wir das einfach benutzen. Ich scroll jetzt nicht nochmal hoch, aber das ist Global, deswegen können wir es benutzen. Und im echten Programm natürlich alles in Namespace legen und so weiter, nicht Global machen. Ich mache das nur hier zu Demo-Zwecken. So, als nächstes kommt dann die Create-Info oder ein Pointer darauf. Das ist dann also Shader-Create-Info. So, als nächstes dann den Allocator haben wir nicht, deswegen Null-Pointer. Und dann das Shader-Module, das haben wir hier oben schon reinbekommen. Das ist dann Shader-Module. So, und damit hätten wir es dann im Prinzip schon fertig. Wir sollten aber noch Ausnahmebehandlungen machen, denn es könnte natürlich sein, dass da eine Menge schief geht. Irgendwie ist der Code daneben oder so. So Zeug kann passieren natürlich. Deswegen holen wir uns hier ein VK Result. Result ist gleich das. Und falls da ein Fehlercode ist, dann steht er da drin. Und dafür können wir jetzt, um zu prüfen, dass alles richtig war, unser Makro benutzen, Assert-Vulcan-Result. So, nochmal kurz zu zeigen, Assert-Vulcan war das hier. Einfach nur, ganz einfach. So, und dann können wir das Ganze wirklich schon benutzen. Und das machen wir dann ganz einfach mit Create-Shader-Module. Module, beziehungsweise, nein, komm mal nur zurück. Wir brauchen natürlich erstmal ein VK-Shader-Module. Das nenne ich dann zum Beispiel Shader-Module-Word. Und VK-Shader-Module-Shader-Module-Frag. So, und jetzt kann ich Create-Shader-Module sagen. Und gebe da einmal das Shader-Code-Word rein. Und die Speicheradresse auf unser Shader-Module-Word. Und kann das hier kurz kopieren. Und jeweils Frag und Frag sagen. So, und damit hätten wir es dann im Prinzip schon. Wenn wir das Ganze ausführen, dann funktioniert das auch schon. Ich habe auch schon in der Main einen Breakpoint gesetzt. Denn wenn ich das Ganze jetzt schließe, dann ist hier unser Breakpoint. Und wir haben hier zwei Errors. Denn diese Shader-Modules, die müssen wir auch noch deleten. Also schön aufräumen hier alles, wenn wir damit fertig sind. Das geht dann mit VK-Destroy-Shader-Module. Aber damit wir auf die jeweiligen Shader-Modules natürlich zugreifen können in unserer Shutdown-Vulcan-Funktion, müssen wir die auch wieder nach außen lagern. Also zum Beispiel hier hoch. Wie gesagt, ich mache das hier alles global. Aber in einem echten Projekt bitte in einen Namespace legen. Und dann können wir sagen, da noch ein Space weg. So, können wir sagen, dass das Shader-Module wird und Shader-Module-Frag hier unten removed wird. Und natürlich auch hier wieder in umgekehrter Reihenfolge. Beziehungsweise es muss eigentlich nur vom Device passieren. Das müsste jetzt nicht bei der Swap-Chain sein. Aber machen wir jetzt einfach mal so rum. Das ist dann VK-Destroy-Shader-Module. So, und das erwartet dann eben unser Device. Und unser Shader-Module. Wie gesagt, das ist unser Shader-Module-Wert. Und als letztes, falls wir einen Allocator hätten, haben wir nicht. Deswegen einen Alt-Pointer. Und das gleiche noch mit Shader-Module-Frag. Und wenn ich es hier jetzt ausführe und wieder beende, dann sehen wir hier in der Ausgabe keine Fehlermeldung. Also es hat alles richtig funktioniert. Gut. Gut.